Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Ich werde in letzter Zeit relativ häufig gefragt, ey Lu, wann kommen denn endlich mal große Schiffe hier beim Schiffsbauer? Wann können wir die Galleone, das Freibeuterschiff, die riesigen, riesigen Dreimaster-Schiffe spielen? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe darauf natürlich keine Antwort, ich kann euch jetzt kein Datum nennen, aber mit den neuen Infos von vorgestern aus, dem Entwicklertalk, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht doch gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen wird, weil es einen Punkt in diesem Entwicklertalk gab, der, glaube ich, mehr Beachtung eigentlich braucht, als er bekommt. Und zwar war das die Äußerung, dass Level 2 und 3 Schiffe demnächst wieder spielbar gemacht werden, durch verschiedene Upgrades. Wir haben ja, das kennt ihr, einmal die Bäder auf Level 1, 2 Zweier und 2 Dreier, gar kein Level 4 Schiff und dann 5 Stück auf Level 5. Und die aktuelle Meta, sage ich mal, ist, dass man natürlich irgendeins der Level 5 Schiffe spielt, um ein maximal hohes Level zu bekommen. Ihr kennt das, es gibt ein paar Penalties und so, das ist jetzt nicht Thema des Videos, aber ihr kennt das, eigentlich wird im Endgame eins dieser 5 Schiffe gespielt. Und mit der neuen Änderung soll es wohl möglich sein, auch diese kleineren Schiffe auf ein höheres Level zu bekommen und auch competitive und auf Augenhöhe mit den Level 5er Schiffen. Und ich habe bislang immer gesagt, ey, wenn die jetzt in der nächsten Season, Season 2 ein neues Schiff reinbringen und das ist das ganz große Schiff, irgendeine Galleone oder ein Dreimaster oder irgendwas, dann würden ja alle anderen Level 5er Schiffe, die wir jetzt drin haben, die mittelgroßen, irrelevant werden. Und wenn wir uns mal ein paar Fotos aus der Beta, ich blende das hier alles mal ein bisschen neben mir ein, anschauen, wissen wir, dass schon viele Schiffe getestet wurden in Close Betas und auch jetzt schon im Spiel sind. Da haben wir auf jeden Fall die Galleone von den Niederländern, da haben wir das Freibeuterschiff. Da wurde also wirklich schon einiges auch getestet und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt so eine Verbesserung, je nachdem wie sie aussehen wird, das wird, denke ich mal, nicht mehr lange dauern, vielleicht kommt das sogar mit Season 2, darauf will ich mich eigentlich hinaus, wenn die Änderung kommt, dass man kleine Schiffe so aufrüsten kann, dass sie ein hohes Level haben, vielleicht kann man auch die mittleren Schiffe so hoch aufrüsten, mit, ich weiß nicht, mit Möbelstücken oder sonstigen Verbesserungen, dass sie auch wieder competitive und auf Augenhöhe sind mit einem großen Schiff. Weil, machen wir uns nichts vor, ein großes Schiff mit 10, 15 Luken an der Seite ist natürlich ultra, ultra, ultra stark und viel, viel stärker als alles, was wir bisher im Game haben. Also, ich glaube, das meiste, was wir an der Seite haben, sind 8 und die Sambuca hat vorne 6 Luken. Da passen natürlich dann auch nur Calverino und Sam Zamas rein. Also, wird auf jeden Fall sehr spannend und wir sollten alle ganz doll gespannt sein auf Season 2. Wenn da demnächst mal neue Infos kommen, ich denke mal, das wird noch ein bisschen was dauern, wenn wir da dann wirklich ein neues Schiff bekommen, was laut Roadmap ja schon safe ist, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich schon ein großes Schiff wird. Wobei ich ja die ganze Zeit gesagt habe, ey, große Schiffe wird nichts. Mit dem Entwicklertalken, mit der Information, dass wir die kleinen Schiffe aufrüsten können, wenn das gleiche reinkommt für mittlere Schiffe, können wir eventuell in Season 2 schon mit einem großen Schiff rechnen. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, ich wäre komplett fein damit, wenn einfach noch ein Level 5er oder Level 6er Schiff rauskommt. Also, ein mittelgroßes Schiff, was verschiedene Vor- und Nachteile hat gegenüber den Schiffen, die wir jetzt haben. Vielleicht mal ein ganz neuer Perk, weil die Bark, die reingekommen ist, den Perk kannten wir schon von einem kleineren Schiff. Und da würde ich mir schon wünschen, dass mal ein komplett neues Schiff reinkommt. Das muss auch kein großes sein, was einen extrem coolen Perk hat, was komplett outside of the box ist. Vielleicht mal etwas, was sehr viel schneller ist, vielleicht 20 Knoten. Sehr wenig Fracht hat, also wirklich kein Schiff, womit man viel looten geht, sondern einfach mal ein richtig schnelles, leichtes Schiff, was wenig Looten hat, wenig Feuerkraft, aber einfach richtig, richtig schön schnell ist. Das würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, anstatt jetzt einfach auf Krampf, das Freibeuter-Schiff, auch wenn er sehr cool aussieht mit dem Fahren. Oder eine Galleone, das Arsch langsam sein wird, aber übelst tankig und übelst stark ist. Also klar, für eine Plünderung schon ganz cool, aber was machen wir denn die meiste Zeit auf See? Fahren. Und meistens auch gegen Wind, was ja auch angepasst wird. Also ich habe aktuell andere Wünsche. Ich brauche kein großes Schiff. Ich würde mich auch mit einem mittelgroßen Schiff, ich würde mich sogar mit einem kleinen Schiff zufrieden geben, für das Early Game. Ich finde sowieso, dass das Early Game viel, viel, viel zu kurz kommt hier im Spiel. Also nochmal im Early Game ein Schiff, was man vielleicht auch mit Aufrüstung so weit aufrüsten kann, dass man nie gezwungen ist, eine Pade sich zu holen, eine Brigantine oder sonst was. Sondern, dass man auch so ein bisschen, ihr kennt das vielleicht von damals, von Need for Speed, da konnte man auch sein Golf so aufmotzen, dass der am Ende so competitive war wie ein Lamborghini. Und sowas würde ich mir hier auch wünschen, auch wenn das natürlich alles nicht der Wirklichkeit entspricht. Aber, das ist nochmal ein Thema, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Das Game ist ja schon sehr Arcade-lastisch. Also, da würde ich mir schon wünschen, dass man einfach nochmal ein kleines Schiff reinkommt. Also ich brauche kein großes Schiff, das würde ich einfach damit sagen. Aber, ich bin da natürlich sehr gespannt auf eure Meinung. Ich habe schon in den letzten Wochen sehr viele Kommentare von euch gelesen, dass ihr euch übertrieben über große Schiffe freuen würdet. Dafür gibt es ja die Seasons und dann vielleicht auch nächstes Jahr ein DLC. Aber, da bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Glaubt ihr, in Season 2 kriegen wir schon ein großes Schiff? Oder denkt ihr auch, es kommen erstmal noch in Season 2, 3, 4 kleine Schiffe und dann mit einem DLC erst ganz viele große Schiffe? Außerdem natürlich ganz spannend die Änderung. Was wird mit den kleinen Schiffen passieren? Inwieweit kann man die aufrüsten? Ich bin jetzt gerade live. Wir werden heute Großfestung Osten machen. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick, den werde ich euch auch morgen einmal im Video zeigen, wie ihr Großfestung Osten auch ganz einfach Solo innerhalb von 10 bis 15 Minuten machen könnt. Dafür gibt es eine kleine Voraussetzung. Kann man auch leider nur einmal pro Spielstand machen. Aber ist ein sehr cooler Trick, um Großfestung Osten zumindest ein einziges Mal auch Solo raiden zu können. Wenn das nicht verpasst, wollt ihr gerne ein Follow da lassen. Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.